Anhalten, bitte. Ich muss kurz raus. Also, heutzutage kannst du dafür auch was in einem Laden kaufen. So einen Luxus kann ich mir nicht leisten. Ich habe einen Studienkredit. Ich bin ein wenig Gedanken, aber ich habe einen Punkt. Wenn es hier geht, dann geht es nicht. Es geht nicht. Ich bin ein wenig Angst, aber ich habe ihn nicht verloren. Ah! Ah! Hey! Warten Sie! Hier geblieben! Hey! Hey! Was soll denn die Scheiße? Ich hab' nen alten Freund getroffen. Einen alten Freund. Morgen! Es fühlt sich so an, als hätte ich ein Kätzchen in meiner Unterhose. Weißt du, was ich glaube? Was? Ich denke, dass diese noble Geste mir beweisen soll, dass du meine Anwesenheit jetzt doch sehr schätzt. Vielleicht überschätzt du auch die Bedeutung eines Päckchens Damenbinden. Ach ja? In den unbedeutendsten Dingen sind oft die wichtigsten Botschaften versteckt. Was ist das? Hoffen wir mal! Oprah Winfrey.